Das wär's. Das war die letzte Dosis. Unser Bär ist bald wieder auf den Beinen. Sag deinem Freund auf Wiedersehen. Ihm auch. Und wir, wir reden mal, ja? Mhm. Gut. Baloo! Dein Freund scheint wieder gesund zu sein. Ja, so nennt man das. Freund. Mowgli und Baloo sind Freunde. Was gibt's? Weißt du, ich hab über Mowgli nachgedacht. Und Mr. Arun hat vorgeschlagen, die Behörden einzuschalten, damit, äh... Aber warum denn? Nabiri, wir sind hier im Dschungel. Hier ist er einfach nicht sicher. Er ist noch ein Kind. Aber Dad, es ist seine Heimat. Bitte tu ihm das nicht an. Ich versteh dich ja, aber begreif doch, ich meine, es ist ein Wunder, dass er überhaupt überlebt hat. Es ist nur zu seinem Besten. Du musst mir glauben. Mowgli, du musst sofort verschwinden. Du bist in Gefahr. Sie kommen und wollen dich holen. Du hörst sie doch schon, oder? Du musst dich beeilen. Freund. Freund. Mowgli und Nabiri ahnten nicht, dass ihr großes Abenteuer noch nicht zu Ende war. Es hatte eigentlich gerade erst begonnen. Und eins ist sicher. Wenn ein Abenteuer ruft, ist die Gefahr nicht weit. Unser Spiel beginnt, Mowgli. Aber das ist eine andere Geschichte. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020